Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk Kanal, ich bin der Broken10 und wie ihr sehen könnt, ich habe ein Gast Replay dabei von dem Pro-Like Leon aus dem Clan Minus Taco in seinem Cromwell Bay und wir schauen einfach mal was abgeht. Er ist hier in einem Stufe-6-Gefecht, das sieht ja schon sehr vielversprechend aus, Cromwell Bay in Stufe-6-Gefecht, ist schon was Schönes, zusammen mit dem Major Karl in seinem KV-2 und dem Joshua 1912 in seinem Amix ELC bis, ja der Cromwell Bay ist ein Goldpanzer der Stufe-6, er ist sehr nah dem richtigen Cromwell gebaut, hat nur eine etwas bessere Gun, die etwas schneller schießt. Und wir schauen mal, Durchschlagskraft hat er 145 mit 135 Durchschnittsschaden und auf der APC hat er 202, das reicht für Stufe-6-Gefechte eigentlich locker. Und ja, genau, das ist da hinten ja nicht immer gerne Flugplatz, weiß auch nicht warum, das sieht irgendwie aus wie so ein Mini-Hubschrauberle an der Platz da hinten, mit diesem Stern drauf. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber naja, so. Ich habe sehr viele Replays von euch, deswegen mich fragen immer wieder Leute, hey, hast du mein Replay bekommen oder so? Wenn ihr es an meine E-Mail-Adresse schickt, dann ist es meistens da angekommen. Ich gucke sie einmal in der Woche und ziehe mir dann die Replays, die ich für die Woche habe, ziehe ich dann raus. Ja, nur damit du Bescheid wirst. Jedes Replay kommt dran. Und für die Leute nochmal, es gibt ja jetzt ein Update bald, ich glaube in den nächsten zwei Wochen sollte es das geben. Holt euch vielleicht die Panzer, wenn ihr die Stufe 8 Panzer freigeschaltet habt, also T49, AMX 1390, der WZ und noch irgendwas anderes. Wenn ihr euch die freigeschaltet habt, stellt die euch wieder in die Garage, kriegt ihr nämlich kostenlose Stufe 9 Panzer. Aber das kennt ihr ja eigentlich schon, müsst ihr ja eigentlich auf dem Testserver schon sehen. Wenn ihr mal sehen möchtet, wie man den Testserver downloadet, für die Leute, die das noch nicht wissen, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich da mal ein Tutorial zu. Und, ähm, genau. Ich will mir jetzt den erstmal den T49 wiederholen und dann nochmal den 1390. Na, der KV-2 interessiert sich gar nicht für ihn. Ist ja auch ganz entspannt. Er kommt mit seinem Turm auch ja nicht hinterher. Jetzt tut er ihn sogar an. Joa, nimm raus, los. Und, und. Und, sehr schön, 788. KV-2 kann sich 0 wehren. Artie. Ach, das ist doch easy. Tschüss. Oh, die Schussrate ist geil. Ah, nehmt den hier. Genau. Nein, fahr doch nicht vor ihn. Macht edit. Okay, das ist wohl so ein kleiner Anfangsspieler. Er hat wohl noch nicht viel Ahnung von VOT. Ey, wie hier alles plattwalzt. Zack. Ah, schade. Und noch einen. Und noch einen. Sehr schön. Ja, der KV-2, äh, der KV-1 hatte auch keine Ahnung, wie man das Ding schon fährt. Ei, 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 ei. So, hier sind die nächsten Opfer. Na, komm. Hol sie dir. Na. Ah, oh, schade. Schade, schade, wirklich. Tschüss. Na, er holt, dass ich dir hier die Kills. Ja. Ja, die Schussrate ist echt schnell. Ah, jetzt lässt er sich ein bisschen zu viel einschenken. Ja, jetzt lässt er sich definitiv zu viel einschenken. Oh, hat er da Glück gehabt, dass der Skoda mit Heat geschossen und dass der damit in die Ketten hingeblieben ist. 2.390 Schaden und 6 Kills. Wow. Wow. Jetzt gibt es nur noch einen Stufe 4 Panzer. Das ist ja easy gewonnen. Das ist ja easy gewonnen. Ähm, leichter geht es ja gar nicht mehr. Ähm, apropos Streaming. Ähm, ich habe jetzt letzte Zeit, so in den letzten Vierteljahren oder so, habe einfach null mehr gestreamt. Stimmt auch. Ähm, das sind jetzt die Osterferien. Und da wird es wieder auch losgehen. Wie wahnsinnig. Also, wenn ihr da Bock habt, zuzuschauen, gibt es theoretisch eigentlich jeden Tag dann streamen. Oder fast jeden Tag. Verspreche jetzt mal nicht zu viel. So, und das war auch schon das Game. Wir gucken nochmal schnell in die Auswertung. So. Ja, doch. Stimmt, da. Erster Platz. Breasure. Firefall Effect. High Kaliber. Und Top Gun. Wir haben 2.091 Schaden und 6 Kills. 28 Schuss abgefeuert. 22 getroffen. 19 durchgeschlagen. Und er hat Assist. 689 Amage assistiert hat er. Ein sehr schönes Gefecht. Natürlich auch, ja, Krieger, Top Gun, High Kaliber, passt alles. Sehr schön. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn ich da nicht, habt noch einen schönen Tag. Und Tschüss.